Diese Grimm, die hat irgendeinen sechsten Sinn. Die liest den Wald so wie keiner von uns. Starke Reaktion auf Salzsäure lässt auf ungewöhnliche Kalkablagerung schließen. Ihr habt doch die Salzsäure fertig. Mein Vater ist hier vor 20 Jahren im Wald verschwunden. Ich möchte Sie bitten, im Heingries nach der Leiche meines Vaters graben zu lassen. Wenn wir ihr geben, was sie sucht, dann sucht sie nicht länger, was sie nicht finden soll. Ein Gstörter ist immer verdächtig. Die muss hier weg. Sofort. Manche Sachen muss man still aushalten. Eine andere 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 andere. Das ist immer wieder weg. Sofort. U-Bus. Sofort. 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 Sofort.